Emotional, damn it. Sieht eigentlich wirklich nice aus. War nicht so nah. War ja jede Pore. Du hast doch Make-up. Make-up. War ja jede Pore. We be tryin' to die shells before I lay in our tomatoes. Singin' all my sorrows on Apollo. I be tryin' to pave the way, but they didn't tell me it was pottos. America ain't dreamin', they be skimmin' when the births. Every nation came from black, 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 black. We all know it's black, black genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on, hold on, hold on, hold on, my killer. You talkin' way too much conscience. Speak about some girls or some money or some diamonds or somethin'. I'm not tellin' you to rap, not to rap how you rap. But make somethin' we can vibe to. Shoutin' like a real anthem. Shawty's on my wallet, not she thinkin' thinkin' an answer. Whoa, tellin' me she wantin' me the hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick, 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 trick. Let's the bitch, she's my bitch with a kiss on my lips. Like, oh, I am not a pair with a lip. I'm a man with a gift. And I'm doing my shit like, oh! Tell the mother nip, I'm the man in the city on my bank account. Genau, der war besser. Und Knie hoch, Knie, ja? Und die Knie nach hinten hoch. Und Knie, ja? Yeah. Tell the truth, I don't get all this shit. Sound of corny mother f***ing turn this shit off, bro. I can't rap how everybody else rap, bro. Everybody talkin' about hope. Cars, clothes, chains, and money. That shit corny as fuck, bro. Oh, God, I don't wanna rap about that corny ass shit. Yup. Yup. Wir machen Überkopfdrücken mit Anschluss aus dem Bein, ja? Das heißt, hier wie beim Umsetzen, müssen wir vorne gut ablegen. Und dann, als würden wir nach oben springen, absenken, nach oben schieben und dann hinterher. Gut, ja, jetzt geht's. Sehr gut. Kontrolle, jawohl. Kontrolle nach unten und schieb. Jawohl. Je mehr Muskeln, dann spürt man das halt. Ja, ich spüle, ja. Aber das hab ich leider nicht. Ich hab keinen Küsten hier, es regnet. Okay, zwei Lieder von vorhin brauchen ab. Tschüss. Wir machen Gorilla raus, also dieses Rudern mit den Cadillacs. Ja, du willst doch Oberkörper machen, hast du gesagt. Ja, ja. Guck dich doch mal an. Ja. Den fünften hätte ich auch geschafft, aber ich hab mich hingesetzt. Du hast Pause gemacht. Ja, aber du meinst Kontakt zur Bank, ich hab's okay. Ja, ich dachte mir, ich bin schneller einfach. Boah, geil. Sexy. Gutes Licht hast du auch. Da kannst du nicht reingucken, bist du blind. Ja. Das ist ganz offensichtlich platzierte Werbung. Ich mach jetzt so ein richtiges Training, was ich trainieren würde, wenn ich kein Gewichtheben trainiere. Okay. Also wirklich, wirklich genau das, was ich machen würde. Wir alle denken immer, ich trainiere immer, ich trainiere immer nur behindert und nur schwer, so wie Stefan. Wir machen jetzt genau das, was ich machen würde. Wir machen jetzt genau das, was ich machen würde, wenn ich einfach nur mich bewegen würde. So, Straddle, Good Mornings. So, dass wir hier so ein bisschen Adduptoren, Hamstrings freikriegen. Das zweite, was wir machen, ist hier Hamstring Touch & Go. Ja, so ein bisschen Schandwagen. Und das dritte, was wir machen, wir nehmen einfach so Platte. Die Fersen, da braucht man nicht so ein Squatboard und machen einfach nur zum Reinkommen. Kniebeug aber voll, aber Knie voll schießen. Also, 40 Sekunden on, 20 auf. Ja, so E-Mov, aber wenn ich E-Movs programmiere, dann hat man, dann vergisst man so Wechseln. Und so hat man halt eine bessere Struktur. Das ist das Einzige, was wir dann nochmal hinten dran machen müssen auf der anderen Seite, damit es aufgeht. Deshalb muss ich jetzt weder mehr trainieren, deshalb treffe ich mich jetzt nicht mit meinen sportlichen Freunden. War keine Workshop-Zeit hier. Marco weiß, was ich meine. Den Teil kannst du gerne rausschneiden, ja. Ja, ich mach zwölf. Den zeigen wir nur kurz, nur so drei Sekunden. Ja, genau. Ja, gut. Deswegen habe ich auch die Madcons anbezogen. Sponsor-Post-Nike. Anti-Ribbug. Anti-Riburg. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich habe das Beweglichkeitstraining am Anfang gemacht, Mobility gemacht, ein bisschen Maximalkrafttraining gemacht, also stärker geworden und dann noch ein Workout gemacht. Ganz viel bewegt, eine Stunde, so sehen auch unsere Klasse aus. In der Zeit, wo Mina ein Paket ausgepackt hat, was faktisch keinen Inhalt hat, habe ich mit meinem Bruder sieben Nachrichten geschrieben. Wir haben uns gegenseitig achtmal beleidigt und dann kam Mina rein und meinte, sie war doch gleich fertig. War sie eindeutig nicht. Willi, kommentier mal bitte, dass es wirklich so war. Ja. 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 Ja.